Willkommen zu EA Sports PGA Tour Gold. Da steht Season Ends in sieben Tagen und das soll heißen, dass höchstwahrscheinlich in sieben Tagen ein weiteres Update kommt und natürlich dann auch der neue Golfplatz für den Ryder Cup. Und deswegen habe ich jetzt eine Bitte an euch, denn ich habe es ja schon angekündigt, wir werden auf jeden Fall, wenn der neue Platz draußen ist, der Marco Simeone, dann werden wir ein bisschen hier Ryder Cup Atmosphäre reinbringen. Und das soll heißen, dass wir hier natürlich dann auch ein bisschen Matchplay spielen und zwar Bestball und, lasst mich schauen, Fursam. Das sind so diese zwei Spielformen mit den einzelnen Matchplay natürlich, die dann dort stattfinden. Und ich gehe jetzt bewusst hier rein, weil ich möchte euch Folgendes bitten. Und zwar, wie gesagt, will ich dann einen Stream fahren am Mittwoch oder Donnerstag, gehe ich spätestens mal von Haus, wird EA die Map veröffentlichen. Und dann werden wir relativ zügig dann auch einen Stream fahren und den Platz spielen in einem Matchplay-Content wie beim Ryder Cup. Und da möchte ich euch natürlich jetzt Folgendes vorschlagen. Ich werde Europa vertreten und mangels Mitspielern zusammen mit Ian Polder, der leider diesmal nicht nominiert ist. Ein supertoller, ein super Typ für den Ryder Cup. Der macht echt Stimmung und lässt es auch richtig krachen, aber ist diesmal nicht mit dabei. Aber ich würde dann mit ihm ein Team spielen und ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, gegen wen ich antreten soll, zusammen mit Ian Polder. Und zwar spielen meines Wissens auf jeden Fall mit beim Ryder Cup Scotty Schäffler, Patrick Cantlay, Xander Schauferle. Tony Fino ist nicht dabei und ich glaube auch nicht Dustin Johnson. Aber es ist dabei Jordan Spieth und ich hätte ja gerne gehabt, dass er mit seinem Buddy hier bei uns spielt, hier mit seinem Kollegen Thomas. Aber der ist auch nicht dabei. Und wir haben noch Bruce Köpke als einziger Vertreter der Leaf Golf Tour, der dann damit dabei ist. So, das sind die Kandidaten. Ich glaube, alles was da hinten kommt, ist nicht dabei. Aber schreibt es mir also in die Kommentare, gegen wen Ian Polder und Pepper Woods antreten sollen in einem Matchplay auf Marco Simeone. Und zwar entweder ein Teams mit Scotty Schäffler, Patrick Cantlay, Xander Schauferle oder eben John Spieth oder eben Brooks Köpke. Also schreibt mir das in die Kommentare und dann werden wir natürlich ein sprechendes Matchplay spielen. Ich fände das dufte und das würde wirklich super dann zum Ryder Cup passen. Ansonsten lasse ich mir da noch ein bisschen was einfallen. Ich habe da noch ein paar Ideen. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, was wir dann vielleicht am Freitag, Samstag und Sonntag dann vielleicht im Speziellen machen während des Ryder Cups. Okay, das dazu. Und jetzt wollen wir loslegen in unserer Karriere. Denn, stopp, hier wollen wir los. Wir wollen weiter. Letzter Spieltag, Final Round, die Oregon Championship. So, wir haben das hier so eingestellt mit dem Quick Round und das werden wir ja auch so weiter beibehalten. Und wir schauen jetzt als erstes natürlich auf den Wind. Oh ja, wie am zweiten Spieltag wieder extremer Wind, aber wir lassen uns deswegen nicht aufhalten. Wir starten in die finale Runde Banded Dunes Golf Resort zur Oregon Championship. EA Sports and the Korn Ferry Tour bring you the best young talent in the world of golf. From Banded Dunes on the central coast of Oregon, it's live final round coverage of the regular season finale, the Oregon Championship. What a week and weekend this has been so far. Everything you want in a golf tournament. By nightfall, we will have our winner. As you take a look at the current leaderboard on this Sunday afternoon. We've got a tie up at the top at 14 under par. Included among them is the golfer we'll be watching as this should prove to be a compelling round of golf. So, ich musste jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, als ich auf die Scorekarte geschaut habe. Und ich muss hier einem Kommentar von Matthias wieder recht geben. Also wir müssen natürlich alles ausprobieren. Und in der letzten Runde am sechsten oder die sechste Woche, da hatten wir ja mit, wie heißt das schön, mit einer Runde das Turnier hier zu spielen. Da hatten wir eben 18 Loch, hatte aber nur genau diese 18 Loch, spielt eine Runde, da gibt es dann auch keinen Cut. Jetzt haben wir diesen Quick-Mode, wo eben dann nur spezielle Löcher oder ausgewählte Löcher gespielt werden, aber über alle vier Spieltage. Und den Rest würfelt hier der Computer zusammen. Und ja, der Matthias hat es relativ schön zusammengefasst. Das ist Glücksgolf. Also, wenn ich hier jetzt auf die Scorekarte schaue und schaut euch diese wilde Karte an. Ich meine, drei Birdies, ein Bogey, zwei Birdies, ein Bogey, ein Birdie. Und dann kommt mal so eine kurze Phase, wo wir uns ein bisschen Paar erspielen und dann wieder ein Birdie. Und wenn wir jetzt hier aufs Leaderboard schauen, dann ist es schon, also jetzt liegen wir hier doch tatsächlich in Führung und haben die Chance natürlich aus eigener Hand hier tatsächlich dieses Turnier zu gewinnen. Denn wir sind an der 14 und da sind schon viele drin. Ein paar wenige kommen uns noch nach, an der 13, an der 13. Aber die sind zwei hinten dran. Aber natürlich, Dave Bakers, der hat zwei Bahnen noch mehr zu gehen und ist mit uns gleich auf. Aber wir sehen es auch, mit minus fünf liegen wir ja schon sehr, sehr gut. Und das bei dem Wetter, also bei dem Wind, muss ich schon sagen, ich keine Ahnung, wie hier der Algorithmus funktioniert, wie er sich das hier errechnet. Aber das ist jetzt schon, das schmeichelt mir auf jeden Fall, so möchte ich das sagen. Okay, wir wollen weitermachen. Wir wollen das hier zu Ende bringen. Ein paar, drei ist auch nur geschmeidige, 209 Yard lang. Und das ist einfach toll, wenn man dann sieht, da hinten, ne? Also ganz, ganz toll. Yo, mit Blick auf die Küste, auf das Meer. Dufte, dufte, dufte. Jetzt müssen wir uns aber konzentrieren, denn wir haben Rückenwind. Und er will ein Eisen 5. Und ich mache mir da Sorgen mit dem Rückenwind und natürlich dem ziemlichen Wind nach links. Ein Eisen 6. Ein Eisen 7. Wenn wir Glück hätten, springt er in den Hang, aber dann springt er nach rechts weg. Das heißt, wir kriegen den überhaupt nicht in die Kurve. Wir könnten natürlich mit dem Fade versuchen, den Ball ein bisschen gerader zu bekommen. Gegen den Wind, dann wird er aber auch kürzer. Eisen 6 mit dem Wind. Ich meine, am Schluss wäre es ja cool, wenn er auf jeden Fall irgendwo hier, hier auf der Seite zum Liegen kommt. Ja, also da müssen wir schauen. Also rechts in den Bunker ist natürlich ganz übel. Also aus dem Bunker da hochspielen. Wir können natürlich den Ball sehr, sehr hoch anspielen. Das Eisen 6. Wir können natürlich hier auch ein wenig kürzer spielen und hoch anspielen. Ja, wir werden das so versuchen. Hoch anspielen. Und dann schauen wir mal, was hier das Ganze hier bewerkstelligt. Ich wünsche uns ein schönes Spiel für die Finalrunde und die letzten vier Bahnen. So, da war ein bisschen viel Kraft. Er geht auf die Fahne. Wird er zum Liegen kommen? Er wird... Und springt auch noch zum Stock. Freunde, was soll ich da dazu sagen? Ja, springt auch noch zum Stock. Das war so nicht geplant. Aber da hatten wir jetzt ein bisschen Glück. So will ich es mal formulieren. Aber, wie heißt es immer so schön? Glück hat nur der Tüchtige. Also das sollte doch hoffentlich jetzt ein Birdie werden. Ein bisschen bergab, aber eigentlich nur geradeaus. Nichts Gewaltiges. Ich sehe hier keinen Break. So, das Besondere ist natürlich, dass wir bei diesem Turnier 600 Punkte gewinnen können. So, das ist doch jetzt mal eine richtig spannende Bahn. Muss man einfach so sagen. Wir gucken uns das mal in der Übersicht an. Okay, da haben wir eine Landezone. 150 dann noch bis zum Grün. 214, 242. Da brauchen wir eigentlich keinen Driver. Außer wir wollen natürlich da ganz links hoch da rein. Mit 214 könnten wir eigentlich drüber kommen. Ja, das ist halt schon ein bisschen gefährlich. Auf der anderen Seite haben wir dann 150. Ist natürlich ein langes Eisen. Da oben könnten wir dann 100 Meter. Wir müssen mal schauen, wie das ausgeht. Wenn er hier, was hat er da für uns für eine Landezone? Ach, du Schande. Okay. Okay. Naja, gut, er bietet uns das an. Aber auf der anderen Seite rennt er uns dann eigentlich. Wenn wir hier rein wollen, haben wir dann noch 209. Das ist aber auch gefährlich. Hybrid. Ein Holz. Mit dem Wind. Ja, wir wollen da eigentlich nicht in den Bunker. Ich meine, im Zweifel ist der Bunker da noch. Die Frage ist, wie wird er rollen? Ja, wie wird er rollen? Ich gehe irgendwann mal davon aus, dass wir hier eigentlich über... da rüber kommen. Und da vorne ist eine Welle. und wieder ein bisschen nach rechts drückt. Okay. Na, jetzt haben wir ein bisschen Speed verloren. Bisschen Power. Aber er kommt rein und wird hoffentlich nicht allzu weit rollen. Aber er sieht nicht ganz so glücklich aus. Es hat wirklich Spaß gemacht, um die Entwicklung, die Entwicklung eines äußeren jungen Spieler zu sehen. Und Noda hat jetzt die Chance, zwei in ein Räumen auf dem Kornfairie-Tour gewinnen. Was haben Sie gesehen, als Sie die letzten paar Tournamenten gesehen haben? Well, winning in consecutive weeks is about as common as seeing a $2 bill, which is you don't see it very often. So, ich mache mir da jetzt wieder ein bisschen Sorgen, wenn wir den wieder so ein bisschen kurz anspielen. Habe ich immer so das Gefühl, dass er uns dann wieder unterwegs verhungert. Aber ich würde hier gerne wirklich einen hohen Schlag machen und keinen Pitch. Finesse. Naja, gut, also er müsste ja theoretisch hier... Wir gehen noch ein bisschen mehr links, dass er auf jeden Fall links vom Stock bleibt. Wir sehen, dass es von der Fahne links runter geht. Okay. Ich würde es gerne so probieren wollen. Der Wind müsste auf jeden Fall hier unterstützen. So, kommt der aufs Grün? Der kommt aufs Grün. Hat er ein bisschen Spin? Ja, bleibt sofort liegen. Sehr schön. Ja, damit können wir arbeiten. So, hinter der Bahn geht es, also hinter der Fahne geht es einen Berg hoch. Das heißt, er wird sofort bremsen, also wird liegen bleiben. Es geht generell ein bisschen zum Stock hoch. Wir haben eigentlich nicht so wahnsinnig viel Break, ne? Aber es ist wirklich hier immer ganz, ganz schwierig, die längeren Putts. Naja, kleines bisschen mehr. Ja, zu wenig, zu wenig, aber es war ein guter Putt. Ein guter Putt. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen, denn es braked. Es geht auch ein bisschen bergrunter. So, noch ein bisschen bergrunter. So, noch. Ja, wir sehen es auch, hier gibt es einen ganz schönen Canyon hier. Das heißt, wir müssen da nicht reinklotzen. Auf der anderen Seite haben wir sowieso Gegenwind. Das heißt, der Ball wird kurz bleiben. Aber ich überlege echt, ob wir hier einfach mit einem Holz reinschlagen. Denn 150, da rollt ja noch ein bisschen vor. Ja gut, die Frage ist halt jetzt wirklich mit dem Wind. Wie kurz bleibt er? Wie schnell kommt er zum Liegen? Er müsste ja auf jeden Fall dann hier noch lang rollen. Zack. Ja, das Holz müsste reichen. Das war der falsche Schlag. Hier, der Drive müsste reichen. Dann haben wir auf jeden Fall so 140. Und die Fahne steckt ja, wenn ich das richtig gesehen habe, Mitte grün. Also da haben wir eigentlich genügend grün von der linken Seite zum Anspielen. Also wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir uns hier keinen Fehler mehr erlauben. Und hauen einfach das Ding mal da rein. Nein, das sollte doch passen. Ja, macht die Kurve Richtung Mitte Fairway. Ja, ein bisschen wird er noch rollen, aber nicht viel. So, also wie gesagt, wir haben mit den letzten vier Bahnen das Ganze selbst in der Hand. Ja, da werden wir einen Pitching Wedge nehmen. Gegen Wind. Es ist ein bisschen erhöht. Gegen Wind. Es kommt ein bisschen zur Fahne. Genau, ein bisschen zur Fahne. Ja, aber auf jeden Fall schauen, dass wir links von der Fahne zum Liegen kommen. Also der Wind sollte auf keinen Fall uns den Ball rechts reindrücken. Ein bisschen mehr links, definitiv. Okay. Ja, sieht ein wenig kurz aus, ne? Der sieht schon wieder sehr arg kurz aus und spinnt. Okay. Ja, da hat der Wind doch unheimlich gebremst. Ja, jetzt sehen wir mal wieder unseren Caddy. Oh ja, 55 Fuß. Es ist eher jetzt wieder, wie es so schön heißt, eine Temposache. Es geht da hoch. Oh, zwei Fuß geht es da hoch. Nicht Yards. Quatsch, Fuß. Inches. Das sind keine Inches, das sind Fuß. Boah. Das sieht man hier gar nicht. Ach du Schande. Zwei Fuß. Für einen Fuß brauchen wir doch vier Kästchen. Boah. Jetzt bin ich aber so viel. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also er geht zuerst von rechts nach links. Und dann rennt er den Hügel hoch und rennt nach. Ja, okay. Dann rennt er den Hügel hoch und rennt nach rechts im Prinzip. Boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das passen soll. Das ist nämlich so ein bisschen an der Wolf Freak, wo wir fast hier gechippt haben auf den Grüns. Okay, doch, hat gut gepasst eigentlich. Fünf Fuß ist okay auf die Entfernung. Ja, da sind wir oben auf dem Plateau angekommen. Also das war schon wichtig. Das war sehr, sehr wichtig. Denn wir sehen es. Es geht. Stopp Level. Nochmal kurz schauen. Doch, es geht. Ja, das passt schon. Das passt schon. Okay, und leicht über rechts. Wir haben ja schon zweimal das Problem gehabt. Ich denke da nur an unseren Eagle-Putt auf der dritten Runde, wo ja dann doch das Break überhaupt nicht angenommen wurde. Okay. Okay. So, wie sieht es aus? So, wie sieht es aus? Ja, das ist doch mal ein schickes Clubhaus hier auf der linken Seite, oder? So, wir führen noch Last Hole. Wir gucken jetzt noch mal kurz aufs Leaderboard. Und natürlich der andere Kollege ist hier hinter uns. 15, zwei Bahnen hinter uns. An der 16 hat 13 unter. Ja, und der Rest dürfte keine Rolle mehr spielen, denke ich. Also, das sieht so aus, als sollten wir zumindest vielleicht sogar ins Stechen. Das wäre ja natürlich absurd, jetzt noch ins Stechen zu kommen. Das wäre spannend. Aber auf jeden Fall sollten wir hier unter die Top 3 kommen. Aber könnten wir hier nochmal ein Birdie spielen? Zumal das ja ein Par 5 ist. Ja, die Bunker da vorne machen es natürlich spannend. Also, wir schauen mal kurz rein. 297. Ja, gut. Dann sind es auf jeden Fall nochmal 250 im Bunker, sind vor dem Grün. Ja, das wird schon schwierig. Also, da mit dem Zweiten aufs Grün zu kommen, jai. Da müssen wir dann schon hier genau hier rein, links von diesem Bunker. 333. Naja, gut. Es ist ein Par 5. Also, wir müssten nur ein Birdie spielen. Naja, gut. Wir haben auch Gegenwind. Jetzt sehe ich, wir haben auch Gegenwind. Das heißt, das wird sowieso nichts, ne? Also, wenn wir hier rein spielen, in die Senke, dann müsste es doch passen. Naja, komm, jetzt lauf rechts hoch und wieder runter. Ja, sehr schön. Ja, manchmal muss man so ein bisschen Achterbahn machen auf diesen Fairways. Bei diesen Linkskursen, da muss man wirklich hier mit den Fairways arbeiten, mit den Wellen und muss gucken, dass der Ball so wie das Wasser fließt. Also, Error Approach. Wir werden auf jeden Fall ein Hybrid spielen. Das Ganze über links. Definitiv über links. Und werden versuchen, den noch ein bisschen rein zu faden. Mit dem Hybrid haben wir, wenn der aufkommt, wird er rollen. Ja, ja, da ist eine Welle. Das heißt, wenn der hier aufkommt, wird er ein bisschen nach rechts laufen. Das hilft uns. Wir dürfen halt nur nicht zu lang sein, aber das glaube ich nicht bei dem Wind. Also, der Wind ist schon stark. Das haben wir vorhin auch gemerkt. Mit dem Hybrid. Noch ein kleines bisschen mehr. Okay. Naja, vielleicht doch ein bisschen hoch anspielen. Mal schauen, wie sich das Ganze jetzt verhält. Er geht Richtung Stock. Kommt hoffentlich am Anfang des Grüns auf. Ja, und rollt noch hin. Sehr schön. Das heißt, wir haben eine Igel-Chance. Wir haben eine kleine Igel-Chance. Aber das Birdie sollten wir doch spielen. So, der Caddy sagt uns genau, was wir zu tun haben. Oh, ja. Ja, wieder zwei Fuß. Zwei Fuß berghoch. Okay, vorhin hatten wir vier und nochmal vier. So, und wir waren fünf Fuß dann drüber. Äh, fünf Jads drüber. Also, werden wir jetzt hier so ein bisschen machen. Okay. Oh, das wird so eine Talfahrt. Das wird so eine Talfahrt. Äh, ha. Quatsch. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen blöde hier. Ja, aber ich sehe es nicht. Es geht natürlich alles berghoch. Es geht nach rechts. Okay. Am Anfang stark nach links. Dann oben wieder die Welle hoch. Und dann geht es nach rechts. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal über rechts. Dann wird es ihn da vorne an der Welle nach links hoch drücken. Und dann nach der Welle muss er wieder rechts rüber. Okay, dann versuchen wir das mal so. So, jetzt ist er über der Welle. Und läuft hin. Und diesmal sind wir ein bisschen zu kurz. Aber das ist ein guter Putt. Denn wir haben jetzt die Chance aufs Birdie. Wir haben die Chance aufs Birdie. Kleines bisschen mehr über links. Sauber. Ja, das ist gut gespielt. Es ist ein Birdie at 18. Und das bedeutet, das wird ein Final Round 65. Ouh. Our featured golfer outstanding this week with a dominating performance, Frank, to win it going away. Das ist richtig. Richard, wenn ich das Final Round in retrospect, da waren so viele times where they could have made the right decision to let the field come back to them. Aber sie einfach in front, einfach in front. Und immer noch das kleine buffer. So, to win by three, four shots, I mean, das ist ein great victory. Till next time, for our entire cast and crew, I'm Rich Lerner. This has been a presentation of the A-Sport, PGA Tour Golf. So long, everybody. Tja, da war die Fanfare am Schluss. Und wir hatten wieder mal diese ausgiebige Siegerehrung. Naja, irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist auch immer das Gleiche. Naja, okay. Also, ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten an den Animationen. Und wir haben ja gesagt, er nimmt noch nicht mal den Pokal in die Hand. Und wenn es dann irgendwo so eine Art Schrank oder irgendwas gäbe, wo man natürlich dann auch die Trophäen reinstellen kann, das wäre natürlich nicht unschick. Aber was man jetzt sagen muss, und da bin ich jetzt dann doch ein bisschen überrascht, unabhängig mal davon, dass wir hier auf den letzten vier Bahnen doch nochmal richtig gut und überzeugend performt haben, ist doch die Tatsache, dass wir am Schluss und der Kollege Dave Bakers dann doch noch ein bisschen ihm die Luft ausgegangen ist. Er scheint irgendwo nochmal ein Bogie gespielt zu haben. Und jedenfalls am Schluss haben wir hier drei Schläge Vorsprung 7,65 Meter reingekommen. Und das war, glaube ich, eins mit der besten Tagesergebnisse. Aber ich muss nochmal sagen, also das ist schon mal eine ganz spannende Scorecard, die am Anfang hier zusammengewürfelt wurde für uns. Und naja, gut, also ich, Fazit für diese Runde muss man sagen, also auch im Quick Mode können wir mithalten, obwohl ja man schon sagen muss, die ersten zwei Runden hatte ich ein bisschen Bedenken, ob wir überhaupt den Cut schaffen, weil da war schon ein bisschen Druck da, das habe ich so gemerkt. Aber dann nach der dritten Runde, wie wir dann geteilt der Dritte oder sowas waren, jedenfalls ganz vorne mit dabei, habe ich mir schon gedacht, okay, da können wir mit Sicherheit unter die Top Ten kommen. Und haben jetzt auch tatsächlich das Ganze wieder hier gewuppt. Also wir schauen nochmal kurz drauf, mit Minus 7 und 16 Unterpaar gewinnen wir die Oregon Championship. Und das freut mich, weil das gibt wieder Gummipunkte und hoffentlich auch Punkte für unseren Pass. Und wir schauen mal, was es denn da nun alles gibt. Band & Dunes Golf Resort haben wir somit auch hinter uns gebracht. Woche 7 der Corn Fairy Tour. Wir werden jetzt gleich einsteigen, also nicht in diesem Video, aber im nächsten in die Finals der Corn Fairy Tour. So, also Tokens hat es nur gerade mal 80 gegeben. Ja, das ist natürlich ein bisschen der Nachteil, weil wir spielen, das fällt mir jetzt natürlich auch erst auf. Na, viel XP gibt es natürlich nicht. Wir spielen ja nur vier Bahnen oder fünf Bahnen. Und naja, gut, muss man halt dann auch wissen, was dann am Schluss zusammenkommt. Aber ich glaube, am Ende waren es in der Summe, ich glaube, zweimal fünf, zweimal vier eben dann auch 18 Bahnen. So, dass wir für diese Runde im Prinzip auch wieder die obligatorischen 18.000 XPs bekommen haben. Für die Completed Holds. Okay. Gibt es irgendwas? Quest Completed? Okay, natürlich, die haben wir gewonnen. Dafür gibt es Bonuspunkte. Das nächste, was jetzt ansteht, Week 8, die Boston Open. TBC Boston in Massachusetts. Und da gibt es jetzt 1.000 Punkte. Wir schauen mal kurz hier rein. Und hier sehen wir die Corn Fairy Tour Rankings. 2.800. Wir haben fast 2.000 Punkte Vorsprung. Und wieder zeigt er an, hier Events. Vier gewonnen. Zwei. Top 10. Drei. Also, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, was hier, ja, hier so steht. Aber gut, wir sind fast 2.000 Punkte. 1.920. Das heißt, es gibt für jeden Wettbewerb jetzt hier nochmal 1.000, 1.000 und 1.000. Und sollten wir also hier einen dieser beiden Wettbewerber auf jeden Fall unter den Top 10 oder ganz vorne hier beenden, dann denke ich, steht der Final oder der Tour Championship hier nichts im Wege und wir sollten die Finals gewinnen. Okay, nichtsdestoweniger, Quail Hollow steht da noch an und Pebble Beach. Das sind auch noch zwei richtig schöne Plätze, die wir spielen wollen hier in der Corn Fairy Tour, um dann anschließend auf die PGA zu wechseln. So, wir sehen es hier unten nochmal. Also, zwei Top 10 Ergebnisse, fünf Trophäen und die Statistik als solches verstehe ich nicht. Bleibt mir auch ein kleines Rätsel und vielleicht wird hier dann auch nochmal was getan, was das Update angeht. Und das spreche ich jetzt hier nochmal an. Auf dem ProPass, ihr seht es hier, Season Ends in sieben Tagen. Und das deutet ganz klar darauf hin, dass es in sieben Tagen mit Sicherheit dann Marco Simeone gibt. Und den Platz werden wir dann spielen in einem Livestream. Und, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, mit wem ich dieses Matchplay dann spielen soll. Und ihr seht ja hier die Personen, die da in Frage kommen für die USA. Scotty Schäffler, Patrick Cantley, Xander Schaufel. Dann haben wir ein Stückchen weiter unten noch John Spieth und Brooks Koepka. Das sind die Spieler, die nominiert sind, die hier auch im Spiel enthalten sind. Vielleicht haben wir ja auch Glück und EA reagiert und denkt vielleicht noch daran, vielleicht einen Victor Hoffland oder einen Rory McIlroy hier noch hinzuzufügen, weil das könnte natürlich auch nicht schaden, wenn noch der ein oder andere Spieler dazukommt. Denn für Europa kann ich nur mit Ian Polder spielen, der zwar ein dufter Typ ist, aber ich glaube, mit 78 hier nicht unbedingt hier, ja, ich sage mal, wettbewerbsfähig ist. Also, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen, mit wem ich hier ein Matchplay spielen will oder spielen soll. Und wir spielen dann auf Marco Simeone definitiv dann auf jeden Fall Matchplays Best Ball, Four Balls, so wie es sich gehört. Und darauf freue ich mich wahnsinnig. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr habt hoffentlich auch den ein oder anderen Tipp oder die eine oder andere Erfahrung mitgenommen für euer Spiel. Das würde mich auf jeden Fall immer freuen, wenn ihr danach einfach dann auch gut scort. Ich sage recht herzlichen Dank, freue mich auf eure Kommentare, auf euer Feedback und natürlich auch auf ein Abo, falls ihr noch keins dagelassen habt. Ich sage danke, tschüss, tscher, cheerio, wünsche euch allen ein schönes Spiel. Bis demnächst, euer Baden Farmer.